Ich finde am Wink schon am faszinierendsten, dass es nach oben keinerlei Grenzen gibt, dass da alles offen ist und dass man nie das Gefühl hat, ja, ich bleibe jetzt hier stehen, es gibt einen Stillstand, es geht nicht weiter. Man hat immer das Gefühl, dass Veränderung stattfindet und für einen immer etwas Neues da ist. Ich habe bemerkt, seit ich Wink schon trainiere, dass sich die Koordination sehr stark verbessert hat, die Konzentrationsfähigkeit, die Ansteuerung der einzelnen Muskelgruppen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr viel sicherer geworden. Ich fahre absolut ohne Angst in ein Parkhaus, was ich vorher nicht so hatte. Da hat man doch immer schon ein komisches Gefühl gehabt. Oder wenn man abends mal im Dunkeln noch durch die Stadt zum Auto laufen muss, da fühle ich mich sehr viel sicherer. Am meisten Spaß macht mir wirklich die Vielseitigkeit. Also, ich kann mich sehr viel sicherer vorstellen, dass ich mich sehr viel, wie jetzt so eine Menge Platz für das Auto laufen muss, die in denuesten Weg zu veröhnenden ist. Und ich habe euch von den Gesetze,